Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube, ein neues Minecraft Video. Heute gucken wir uns verschiedene Maps an. Dafür wollen wir heute auf den Server gehen. Heute gehen wir mal auf... Mila, Mila, Ne. Heute gehen wir mal auf Liveboard. Heute erkunden wir eine, ein, einer so, ein, ein, zwei Server. Kann man wieder heißt, Rang oder Server. Wir gehen erstmal auf Liveboard und danach gehen wir auf Liveboard City, weil die Stadt ist eigentlich auch nicht schlecht, weil da auch viele Spieler sind. Und weil es da auch manchmal ganz spannend ist. Also Leute, ist das schon mal gut. Übrigens auf meinem zweiten Kanal kommen ab nächste Woche Best-ofs von mir hoch, wo ich mich immer aufrege. Liveboard! Nein, es steht da oben schon ein Herz da drin. Leute, ihr hasst Mädchen? Schreibt es in die Kommentare. Ich hasse Mädchen über alles. Weil die nur Jungs haben wollen. Ekelhaft. Es ist mir nur krassig Mädchen, weil sonst... Okay. Okay. Ich bin jetzt Live drauf. Wir können sogar das Creative Mode gehen zum Shop. Spiel auswählen. VIP Höhle. Wo ist denn hier Liveboard? Da, Liveboard City. Oder was ist das? Pricen? Ne, da muss man irgendwas meinen. Warum bin ich gerade so verkleidet? Ich habe Skin. Der soll nämlich krass sein. Und der krasse Skin, den werde ich auswählen. Minecraft für Anfänger kommt es nur sonntags. Sonntags um 16 Uhr. Ab sofort mache ich jetzt wieder um 16 Uhr Videos. Oder werde ich das mal nicht schaffen um 20 Uhr. 16, 20, 17 oder irgendwelche Uhr. Also immer um 15 Uhr kommt... Also immer um 16 Uhr kommt neues YouTube Video online. Oder auch manchmal um 20 Uhr, wenn ich mal was nicht schaffe. Oder wenn ich noch Bock habe, was hochzuladen. Ob ich alles schon erledigt habe. So, was übrigens noch eine kleine Information soll. Ab sofort jeden Tag die YouTube Videos. Weil ich hatte drei Tage Pause gehabt wegen Schule und so. Oder vier Tage, fünf Tage? Keine Ahnung. Übrigens, auf meinem zweiten Kanal kommt heute kein Video. Doch, wie ich ihn hinter die Kulissen aufnehme. Und ja. Einmal ein Vlog Teil 1 und 2. Auf meinem dritten Kanal kommt jeden Samstag ein neues Video online. Ein oder zwei? Drei Videos? Wie sechs, wie fünf, drei, zwei oder ein Video kommt an. Ich würde es mal sagen, drei Videos online. Ich würde mal sagen, drei. Und wenn ich mich manchmal nichts anhalte. Vier oder fünf. Weil ich, wenn ich mal Bock habe, irgendwas aktuell, habe ich ja keine Internet-Situation. Also, werde ich erst mal sagen, eins und eins versus Telekom. So, jetzt sind wir auf Liveboard City. Nice. Ähm, ja, es ist das. Mit Auto. Main? Main. Ey, das wird wie Main Street 5... 45... 4-4-4. Ne, ich will, ich will keine News. hier haben wir mal zu tun, dass es Schwerin ist, das ist der Schweriner Seed, sagen wir mal, Theater, Zoo, Aquarium, Stuff, Malt, wo sind wir gerade, wo sind wir gerade, wir sind gerade bei einem Airport, wo ist hier was mit A, Power Station, Airport, also müssen wir da hingehen, Power Station und Port, da muss ich mir, geht's noch, ich wurde geschlagen, dann hat sie ja gerade gesehen, die Polizei kommt, was ist denn echt auch so, wenn nicht schlecht, wenn man, wenn man 3 Mark geschlagen wird, dann ist man circa hier dran, da wird man selber drin geschlagen, hallo, ein unsichtbares Fahrrad, das ist nicht schlecht, ein Flugzeug, Airpods, ein Flugzeug, da ist die Power Station, das sieht aus wie ein Golfball oder nicht, das sieht aus wie ein Golfball, das sieht sich aus wie ein Golfball, ich geh mal da hin, ist das ein Fernsehturm, Mini-Film-Signal, was ist hier, das ist nichts, so, da hinten ist schon mal nichts, ich brauche ein Auto oder ein Bus oder irgendwie, das ist nicht irgendwo, gibt's irgendwo keine Buschstationen oder irgendwo, Zelt, und Zelt, oh wie süß, nein, Lobby nennt man das, okay. Kann ich die Karte in der rechten Hand nehmen? Okay, die kann ich auch in der rechten Hand nehmen. Okay, wo bin ich gerade? Ich, ich, ich sprint mal. Ich bin die ganze Zeit leer. Ist ein englischer Server, ich kann aber ein bisschen Englisch, das ist schon mal gut. Ah, da hinten ist eine Buschstation, nicht schlecht. Hier ist schon mal eine Buschstation. Oh, ich muss was essen unbedingt. Da ist eine Buschstation, ich warte mal auf dem Bus. Hier ist eine Tankstelle. Ich möchte mal ein Auto haben. Steve. Yeah, da ist er dran. Okay, also zwei Euro kostet sowas. Achterbahn kann man dazu sagen. Ich fahr mal zur Achterbahn. Ich möchte mal zum See. Ich hab kein, ich hab gutes Internet, das verspreche ich euch. Hier fahren überall Busse. Das verspreche ich euch. Hähn? Ist die Map kaputt? Ich muss mal was ändern. A jetzt was ich fußt bin. Ich bin am Ende der Map. Oder auch nicht. Nein, ich sehe es, eine Brücke. Leute, ich muss mal kurz auf Toilette. So, liebe Zuschauer. Das Video gibt wirklich keinen Sinn. Also, wir spielen Lifeboard und Lifeboard City, kann man dazu sagen. Was macht meine Mütze denn hier? Ein Bad. Ein B.A.D. Das ist schon mal gut. Was für ein Übertragteil bestimmt jetzt. Ist das denn nur gut, oder was? Oh, Mann. Ich brauche was. Komm, stupid bus. Come on, stupid bus. Stupid bus. Ah. B.I.P. Was soll das heißen? Mein Minecraft hat ein bisschen. Oder durche ich ein bisschen Autoladen. So, Leute. Ich weiß nicht, wie viel. Ach, es sind zwölf Minuten. So, Leute. Wenn euch das kleine YouTube-Video gefallen hat. Ähm, wir werden erstmal an der Stelle, wir machen an nächste Woche an der Stelle hier weiter. So, wenn euch das YouTube-Video gefallen hat. Könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Und das Team von Florian Ams vorwerden. Ich bin raus. Ciao. Mit V. Bis zum nächsten Mal.